Ich will nicht eure Hände sehen, ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen, am Blatt vom Mund dessen was wegen. Dann sag ich mal herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute mit Joost und Thomas von der Grünen Hilfe, einer der dienstältesten Liegereisorganisationen in Deutschland. Joost, vielleicht kannst du kurz mal vorstellen, was die Grüne Hilfe ist und was sie so tut. Also die Grüne Hilfe ist ein Netzwerk von Menschen, die sich um Menschen kümmern, die mit dem BDM und dem Strafgesetz in Probleme kommen. Ist das dann mehr eine Anwaltsfindungshilfe oder eine Gefangenenbetreuung oder begleitet ihr die Leute von der Tat bis zum, ich bin von der Gesellschaft wieder reingewaschen, wie kann man sich das vorstellen? Im klassischen Sinne ist es eine Selbsthilfearbeit, also Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht also darum, dass wir Leute aufklären, dass wir ihnen sagen, was ist möglich, was ist gerade aktuell. Im klassischen Sinne ist zum Beispiel, was ist Strafrecht, was ist Verwaltungsrecht, was ist Bußgeld und da geht es darum aufzuklären. Und es geht zum Zweiten natürlich auch darum, Anwälte zu vermitteln, die wir auf einer Liste haben, die bundesweit aufgestellt worden ist. Und da haben wir Anwälte, die sich halt in den Thematiken gut auskennen und die vermitteln wir weiter. Thomas, wenn ihr eine Selbsthilfe seid, heißt das, dass die Mitglieder des Vereins in aller Regel selbst auch Probleme mit dem Betäubungsmittelgesetz hatten? Oder ist das bei euch keine Aufnahmebedingung? Wie bei den anonymen Alkoholikern zum Beispiel, da darf man ja nicht mitmachen, wenn man noch nie was getrunken hat. Ich sage es mal an meinem Beispiel. Ich bin aus Interesse zur Grünen Hilfe gestoßen, weil ich halt auch ein Interesse habe an der Pflanze Hanf, so ein hoher eigenes Interesse. Und zur Cannabis-Bundeskonferenz in Saarbrücken hat mich fasziniert der Gedanke, dass es halt Leute gibt, die quasi so eine Art Vorprüfung anbieten, ob ich dann wirklich, wenn ich mit einem Gesetz in einen Konflikt komme, eine Anwalt brauche oder nicht. Weil die Entwicklung hat ja gezeigt, dass halt die Verfolgung von kleinen Mengen, von geringen Mengen halt sich zu Ungunst einer Verfolgung im Straßenverkehr verschoben hat. Und da ist es sehr, sehr oft einfach hilfreich, erstmal die Leute aufzuklären, was passiert und wie es passiert. Man kann halt, wir nennen das internen Anwaltsvermeidung. Und das heißt, wenn ich akuten Probleme habe, nicht weiß, brauche ich einen Anwalt, dann kann ich euch anrufen und ihr könnt mir erstmal die erste Angst nehmen, sozusagen. Das versuchen wir. Das ist halt wirklich der ureigenste Anspruch, zu sagen, wir sind da, du kannst dich mit uns ins Benehmen setzen und wir machen das. Es ist keine Bedingung, dass man vorher selber irgendwie mit dem Gesetz in einen Konflikt gekommen ist. Was das betrifft, habe ich eine weiße Akte. Ich durfte so mitmachen und ich wurde gleich dort eingeladen. Ganz am Anfang, ich sagte, hier wird es ein Regionalbüro machen, war ich natürlich ein bisschen überfordert am Anfang. Wurde halt so von hier in die Hand genommen, hat mir das erklärt und dann hat sich das eingeschliffen. Irgendwann musste man den Schritt gehen, dass man ein Verein werden. Das sind die einzelnen Regularien, die es bei uns gibt. So nach dem Vereinsrecht arbeiten wir. Bundesweites Netzwerk in Form eines eingetragenen gemeinnützigen Vereins. Keinerlei Aufnahmebedingungen, außer dass wir so eine Art Briefing machen, telefonisch meistens, weil die Leute von irgendwoher anrufen, uns ein bisschen so in einer Art Frage-Antwort-Spiel mit denen auseinandersetzen, um quasi zu merken, ist so ein bisschen Interesse da für die Sache. Wichtig ist ja auch ehrenamtliches Engagement, wir können niemanden bezahlen. Also es gibt keinerlei Mittel, um Büros finanziell zu führen. Wie viele Mitglieder hat der Verein? Gibt es da aktive und passive Mitglieder, Leute, die nur Geld zur Verfügung stellen? Oder habt ihr tatsächlich nur Vereinsmitglieder, die dann auch tätig werden? Wir haben die Unterscheidung in Regionalbüros als ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder, die quasi sich nicht aktiv an der Beratungshilfe beteiligen, Fördermitglieder, kann jeder werden, der ab einem Betrag von 25 Euro halt quasi im Jahr bei uns mitmachen will, hat sogar Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung, muss dafür nichts tun, halt außer seinen Beitrag entrichten. Das ist halt so eine Struktur, die wir gedacht haben, dass halt zum Beispiel im Interesse von diversen Headshops oder was eben so aus Reinfindus die kommt, ist ja, dass die Leute nicht alle weggespart werden. So, und die können dann bei uns Fördermitglied werden, ohne uns aktiv zu unterstützen und Geld makes the world around. Joost, die Arbeitergrünnhilfe beschränkt sich ja nicht nur auf Telefondienste, ihr veröffentlicht auch Flugblätter, Infoflyer und solche Sachen. Was gibt es da gerade aktuell? Wo kann man sich solches Material bestellen, wenn man euch zum Beispiel durch Flyer verteilen, unterstützen möchte? Also man kann sich ja nicht jedes Regionalbüros kennen. Wir haben momentan elf Regionalbüros in Deutschland. Ganz weit verstreut, von Bayern bis hier nach Berlin. Hier ist auch eines, wo wir im Handelsmuseum sind. Dort kann man anrufen oder einfach E-Mail schicken oder einen Brief schicken und dann kriegt man Infomaterial. Wir haben natürlich mehrere Sachen. Wir haben Flyer, wir haben Festnahmespieker. Wir haben also Sachen zur Hausdurchsuchung, Verhaltensregeln und so weiter. Einfach Tipps, um Leute aufzuklären. Was vorhin gesagt wird, lehmen den Leuten die Angst. Ob man die Leuten die Angst nehmen kann, weiß ich nicht so. Aber es geht halt darum, dass es, wenn so ein Standardfall, den man mal an, jemand wird erwischt und muss eine Urinprobe und eine Blutprobe abgeben, dann heißt das nicht automatisch, dass dann gleich der Führerschein weg ist. Wenn man denn sich dann so verhält, dass man möglichst wenig erstmal preisgibt und sich dann erstmal aufklärt, womit man eigentlich dann zu tun hat. Was ist denn das richtige Verhalten? Ich bin mir sicher, viele Leute, die das jetzt gerade gucken, die wissen spontan nicht, was sie sagen sollen, was sie nicht sagen sollen. Kannst du da eine Über-den-Daumen-Regel den Zuschauern verraten? Ja, also das häufigste Problem ist, dass die Polizei versucht, eine Aussage zu bekommen, in der Hinsicht, dass man sagt, man konsumiert regelmäßig. Und sobald man dieses sagt, dass man regelmäßig konsumiert, wobei man dann diskutieren kann, was ist regelmäßig, jeden Tag, einmal die Woche, einmal im Monat, spielt aber keine Rolle, wenn man dieses gesagt hat, ist das eigentlich schon der Einstieg in einen Führerscheinentzug. Das ist ein großes Problem. Ich rate immer, gar nichts zu sagen. Man kann sich durch eine Aussage im Endeffekt nur selber belasten. Deswegen würde ich dieses nicht tun. Erstmal meinen Mund halten und dann einen Tag später gucken, wie man damit umgeht. Es ist also auf jeden Fall nicht der Führerschein automatisch weg. Okay. Könnt ihr den Leuten auch bei Führerscheinproblematiken helfen oder beschränkt ihr euch auf die strafrechtlichen Sachen? Nein, bei Führerschein-Sachen ist es ein großes Feld geworden. Vor zwei Jahren war es noch völlig anders. Aber mittlerweile ist es so, wir haben also, ich kann das so aus Göttingen sagen, 80 Prozent geht um Bußgeldsachen, geht also um Leute, die angehalten worden sind, morgens, mittags, abends, Wochenende und sonst wann. Es werden ja viele Kontrollen mittlerweile gemacht, auch flächendeckend. Und das ist so das En gros eigentlich der Arbeit. Und da geht es halt einfach darum zu sagen, was steht an, ja, also zu erklären, was ist Strafrecht, was ist Bußgeld, also Verwaltungsrecht. So hat man dort eine Möglichkeit, sich verteidigen zu lassen. Hat man nämlich im Verwaltungsrecht nicht im eigentlichen Sinne. Das hat man nur im Strafrecht. Also es geht da wirklich um ganz klassische Aufklärungsarbeit, erst mal zu sagen, womit die Menschen konfrontiert sind. Denn das Problem ist, dass hier in Deutschland sehr perfide kriminalisiert wird. Dass also gesagt wird, wer einen bestimmten Grenzwert hat und den überschritten hat, dass das dazu ausreicht, um den Führerschein zu entziehen. Aber die Grenzwerte sind sehr, sehr problematisch. Und das andere, was sehr problematisch ist, dass Cannabis die einzige Droge ist, in Anführungsstrichen, die sehr lange sich im Körper abbaut. Und das bringt das häufige Problem für die Konsumenten. Beschäftigt ihr euch nur mit grünen Drogen, also Haschisch und Marihuana, so verstehe ich das. Oder kann man sich auch an euch wenden, wenn man Probleme wegen Amphetamine, Kokain, Exzessive, was auch immer hat? Der Vorteil unseres Netzwerkes ist halt einfach, dass wir sehr verschiedene Leute sind. Und mit verschiedenen Interessen. Also ich persönlich zum Beispiel kann dazu ganz wenig sagen so. Aber es gibt bei uns welche, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist halt auch unsere Stärke, dass wir untereinander uns austauschen, vermitteln und dann der jeweiligen Anfrage auch dem jeweiligen Kontaktpartner geben, der dazu was sagen kann. Thomas, wenn die Zuschauer jetzt spontan eure Arbeit unterstützen möchten, wie können die das am geschicktesten tun? Vereinsmitglied werden, Fördermitglied werden Geld spenden. Wo hakt es da im Moment am größten? Im Prinzip sind es alles Möglichkeiten, die du aufgezählt hast, uns zu unterstützen. Was wäre dir denn am wichtigsten jetzt so akut? Na mir ist immer die praktische Arbeit am wichtigsten. Also wir haben noch weiße Flecken auf unserer Länderkarte. Heißt da wer? Ja, zum Beispiel haben wir nichts in Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen ist sehr schwierig. Bayern hängt gerade ein bisschen in der Luft. Baden-Württemberg wird im Moment bedient. Aber noch nicht ausreichender Umfang? Ich denke, Baden-Württemberg und Bayern, das ist ein sehr hohes Vollaufkommen. Und da könnte man noch das ein oder andere Büro gebrauchen. Okay, dann also Aufruf an alles, was südlich der Main-Linie lebt, sich bei euch zu melden. Am besten dann bei dir im Bundesbüro? Im Bundesbüro. Oder über die Webseite, die da www.grüne-hilfe.de heißt. Grüne-hilfe. Grüne-hilfe. Das blende ich wie immer nochmal ein. Habt ihr noch irgendwas, was ihr den Zuschauern mitgeben wollt? Liebe Zuschauer, ich möchte einen Satz dazu sagen, den ich also schon 20 Jahre mit mir rumtrage, wenn es um solche Sachen geht. Anna und Arthur halten es Maul. Belastet euch nicht selber. Sagt gar nichts. Ruft irgendwen an, den ihr vertraut. Glaubt mir, es gibt keine guten Polizisten. Die legen kein gutes Wort für euch beim Richter ein. Okay, das waren sehr deutliche Worte, die ich so auch unterschreiben möchte. Dann danke ich euch für das Interview. Ich hoffe, dass ihr weiterhin erfolgreich Anwaltsvermeidungsarbeit leisten könnt. Und dass es euch in ein paar Jahren nicht mehr geben muss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.